Ich dachte mir, wie bringst du deine Trauer besser rüber, als mit dieser dunklen Brille, unter der deine tränenüberschütteten Augen jetzt linsen, hier rüber. Aber guck mal selber, ich musste den Clan hier leider verlassen, warum das eigentlich so ist. Viel Spaß dabei! Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Lesbier Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und ich glaube, ich mache erst mal einen Brillenwechsel, denn so schlimm ist es ja dann doch nicht. Also einmal dunkle auf, ab, einmal dunkle oder helle auf, ja, so schlimm ist es auch nicht. Aber ich muss diesen Clan hier verlassen, Spätz mit Sohs, ich war jetzt ultra lange da, hab mit den Höhen und Tiefen durchlebt, ich war seit Rathos 11 glaube ich da, hab Rathos 11 gemacht, Rathos 12 gemacht, wir haben hier die Liga gespielt und wir haben hier die Liga gelebt, wie auch immer, aber irgendwann kam dieser Zeitpunkt, da wusste auch ich, es ist irgendwann mal vorbei, es ist irgendwann mal vorbei, denn die Spätz ist nämlich hier nicht mehr mit in die Liga mit, also wir spielen ja hier schon seit ein paar Monaten Champ 2 und mit dem Toto wird das nix, mit dem Toto wird das nix, der Toto ist hier so ein bisschen so aufs Abstellgleis gestellt worden, das weiß ich aber selber, also ihr braucht mir jetzt nicht schreiben, oh du arme Schwein, du, nein, nein, ich bin selber schuld, denn ich bin tatsächlich durch diese YouTube Folgen, durch Events und so weiter, real life, habe ich ja auch noch ein bisschen, so ein bisschen zum super, super, super Casual Spieler mutiert und da kann ich das verstehen, dass die Spätz ist hier, sie sind ja sehr aufstrebend, in die Liga, in die erste Liga, in Champ 1 rein wollen, ohne den Toto, ja ihr seht das hier, ich muss mal eben schauen, es gab Ingame-Post, also ich verlasse den Clan, der Juli hat hier geschrieben, wer ist in SMS, wer ist in GSI, wer ist in SMS 2 und ich bin irgendwo in GSI gelistet und dort spiele ich auch, da werde ich auch hin wechseln, die spielen im Moment Meister 1, das ist ja auch jetzt gar nicht mal so weit weg von Champ 2, aber dennoch muss ich sagen, bin ich ein bisschen traurig, ich bin ein bisschen traurig, ich habe lange mit euch hier gespielt, habe lange mit euch gelitten, habe unmotiviert gespielt, das wirft man mir so ein bisschen vor, ich sei unmotiviert während der Liga, ja bin ich auch. Die Liga macht Agro, die Liga macht aus Leuten andere Leute, die plötzlich irgendwo einen Ehrgeiz haben, der nach ganz oben geht oder ganz ganz komisch, ich habe da auch mit Sky rüber gesprochen, was die Liga mit einem macht oder mit Clans auch teilweise macht, die ticken alle durch, die klippen plötzlich aus und denken, alter, wir hauen es mal weg und ich komme mir so ein bisschen vor wie, wie soll man sagen, ich habe darüber heute selber ein bisschen gelacht, aber viel Glück, Spezmissions gegen Italia 70 zu 67 verloren, Italia hat uns mal eben hier 10 Dreier reingeballert und wir hatten 7, wir hatten 13 glaube ich im Klaren Krieg davor, aber das kann ja auch nicht immer so laufen und dementsprechend hat Italia das hier glaube ich ganz gut gemacht, auch wenn der Backfisch hier noch einen Dreier geholt hat, gucken wir mal rein, aber so ein bisschen komme ich mir hier vor wie, na ihr wisst schon, ihr kennt den, ihr kennt den, ihr kennt den, ihr kennt den von früher Völkerball, also die, die jetzt ein bisschen älter sind, kennen das, du wirst den Völkerball irgendwo gewählt, ja ich wähle den, 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 den und irgendwann bleibt mal einer über am Ende und den will keiner haben, den will keiner mehr haben, weil der macht keine Abwürfe, der wird immer sofort abgeworfen und er kommt dann auch nicht mehr als Einwechselspieler rein oder man holt ihn wieder rein ins Spiel, so komme ich mir im Moment so ein bisschen vor wie bei früher Völkerball, aber sehr sehr in Ironie, also ist schon gut, ich weiß, dass ich hier nicht mehr so die Leistung abbringe oder abgreife, die eigentlich hier von mir verlangt wird, nur finde ich, da habe ich jetzt auch keinen Schneid, das mal in einem Video zu sagen, finde ich es fairer, wenn ihr, wenn ihr oder ihr Spätze mit sowas mir sagt, Toto, du greifst scheiße an, wir können dich in der CWL hier nicht mehr gebrauchen, das fände ich viel viel besser als rum rum zu reden, Toto, du bist ja so unmotiviert und willst du denn wirklich, du zeigst ja auch immer was von uns, ja, das bleibt ja nun weg, wenn ich nicht bei euch bin, dann kann ich auch nichts zeigen, also aus Champ 2 und vielleicht war das auch nur so der Bonus, den möchte ich jetzt ganz gerne mal begraben, diesen Bonus hier und ich mache das, was ich eigentlich bin, ich bin Casual-Spieler, ich bin nicht der High-End-Spieler und die Spezifizios haben sich dementsprechend oder dahingegen so ein bisschen verändert auch, ich bin hier als Rathaus 11 reingekommen, glaube ich damals, über ein 50er CW mit damals noch der Auerhahn-Crew und da war das noch alles ganz anders, da waren das alles, alles andere Spiele als die Set sind, es sind noch die normalen Menschen dahinter, aber sie haben sich verändert, sie haben sich verändert mit der Liga hier, mit der CWL und und ich will unbedingt was erreichen, ja, zwei Sterne reichen da nicht mehr, wir brauchen drei Sterne in der CWL, damit wir weiterkommen, kann ich alles verstehen, bin ich aber jetzt nicht so der Type für, aber ich glaube, das ist ja, also wie gesagt, das ist auch nicht so schlimm, ich bin jetzt auch nicht der, der da sagt, ich muss unbedingt hier bei euch die CWL spielen, weil, ja, ich will das ja ganz, das Ganze aufnehmen, ich will das Ganze toll, toll machen oder so, ne, bin ich nicht, bin ich nicht, ähm, ich will so sein, wie ich bin, ich bin casual und deswegen join ich natürlich auch dahin, wo ich eingeplant bin, also zu den GSI Waras, äh, denn das ist schon seit ganz, ganz langer Zeit, unser, na, ich nenne es mal so, Event-Clan, ist ein relativ leerer Clan, Level 13, was mich immer ein bisschen daran gehemmt hat, ist, der Clan ist, hat ein österreichisches Fleck, da hatte ich eigentlich nie so Bock drauf, in einen österreichischen Clan zu, äh, zu gehen, aber ich weiß ja, woher das so rührt und, ähm, deswegen gehe ich da auch rein, ich gucke mal, dass ich dort vielleicht eine Medaille machen kann oder auch nicht, ich hatte eigentlich gedacht, aufgrund dieser, dieser Inaktivität während der CWL, also dieser Unmotiviertheit, gehe ich mit allen Chars aus allen Clans raus oder lasse mich gar nicht erst aufstellen in der CWL, es, äh, motiviert mich nicht wirklich, ja, muss ich ganz klar sagen, äh, dennoch, ähm, motiviert es mich aber, indem ich, äh, dort dem, den Clan helfe, ich möchte dem Clan helfen, ähm, auch mit meiner, äh, Wenigkeit, mit dem Rathaus 10ern, Rathaus 9ern, Rathaus 11er, Rathaus 12er, ähm, ähm, das bestmögliche hier raushauen aus der Liga hier, wenn's denn nicht mehr Liga Champ, wenn's, wenn's nicht mehr für Liga 1 reicht, also für Champ 1, dann sei's, sei's so, es ist mir jetzt auch egal, es ist mir jetzt auch egal, irgendwann weißt du, äh, wenn du, äh, länger genug am Tag drüber nachdenkst, über gewisse Sachen, dann ziehst du auch diesen Scheißegal-Schuh an und sagst dir, was wollen die denn, Alter, ich hab doch noch ein Leben, das ist doch nur ein Spiel, ja, stimmt schon, ich hab auch im Spiel keine Freunde gefunden, ich hab keine, keine, überhaupt keine Freunde hier gefunden, möchte ich auch nicht, hab ich auch immer gesagt, in Online-Spielen möchte ich keine Freunde finden, denn das sind nicht meine Freunde, meine Freunde, die wohnen hier alle, die, in, in der Straße, das sind meine Real-Life-Freunde, die kann ich anpacken, die kann ich mal, die kann ich mal knuffen, und, ähm, deswegen, äh, ist das immer, man muss das immer so ein bisschen abgrenzen, glaube ich, Spiel, echtes Leben, und, äh, außer du hast die Leute schon mal getroffen, denn ich treffe ja den Skylife CoC, ihr habt das Video sicherlich, hoffentlich von gestern gesehen, äh, wo es den netten, netten Skin gab, für den, für den King, ich bin mal wieder einen Tag zu spät, aber ich hab auch kein Entwickler-Account und kann euch das leider nicht einen Tag eher zeigen, als dass es dann rauskommt, also wenn ihr diese Folge seht, dann habt ihr wahrscheinlich schon den Skelett King, ähm, aber ich wusste davon schon ein bisschen eher, ähm, das steht aber auch auf einem ganz anderen Blatt Papier, also ich bin dort auch immer so ein bisschen, so ein kleines bisschen informiert, manchmal auch nicht, ich will es auch eigentlich gar nie wissen, weil ich mag ja Sneaks, Sneaks überhaupt nicht, und, ähm, von daher habt ihr aber sicher, sicherlich mitbekommen, ich verlinke euch das Video vom Sky noch mal da oben in der Infokarte, ähm, dass wir ein kleines, äh, so ein kleines, ich bin mal gespannt, Fan-Treffen machen in Hamburg, denn ich bin ganz, ganz sicher mit dem Sky am Sonntag, dem Finalkampf, den 25, 26, 27.10. in Hamburg, zur Clash of Clans Weltmeisterschaft, und wir haben da ein bisschen was geplant, ihr werdet das auf meinem Discord sehen, dort gibt es eine Rubrik, wo sind wir zur Zeit, also wir werden da jetzt nicht rumlaufen oder so, aber vielleicht trifft man sich ja mal, macht ein Selfie, also ich, ich, übe jetzt schon mal so diese Selfie, diese Selfie-Figur, ne, so, oder so, oder so, weiß ich nicht, nein, natürlich nicht, wir sind ganz normale Menschen zum Anfassen, also ihr könnt mit uns Smalltalken, wir können ein bisschen Clashen, wir können uns ein paar Dörfer angucken, Ich freue mich auf jeden Fall, äh, auf dieses Event, und, ähm, apropos Liga, 83, äh, 43, 08, ich bin nicht gut in der Liga unterwegs. Ei Leute, zur guten Zeit hätte ich ja gesagt, Alter, den nehmen wir mal mit, aber ich sage jetzt auch mal zu normalen Zeiten, Alter, den nehmen wir mal mit, ähm, ich weiß nur noch nicht, wie, was habe ich denn eigentlich am Start, ich habe so ein bisschen was irgendwo am Start, Petcar Smash, glaube ich, heißt das Ganze, ja, Also, gucken wir mal, dass wir, bevor wir noch den Clan hier jetzt dann, dann wirklich verlassen, dass wir hier, ähm, wenigstens noch so ein bisschen was holen, und, ähm, oh mein Loon, der war da ja richtig, richtig, richtig krass, naja, egal, ähm, ich schaue mal, dass ich hier ein wenig, Was machen kann, okay, mit Karre, ähm, ja, wir machen das mal mit Karre, wir lassen hier einen Päcker laufen, nehmen hier nochmal so einen Lohn, und nehmen hier ganz, ganz viele Bowler rein, ich glaube, die gehen da auch rein, und nehmen hier einmal das hier, oh, den, den Drachen habe ich mir jetzt gespart beim Funnel hier, der steht nach unten, das sieht auch noch ganz gut aus, und, ähm, wir müssen natürlich jetzt irgendwo was treffen, wo wir jetzt nicht so eine Luftabwehr haben, Da holen wir schon mal zwei Sprung rein hier, in der Hoffnung, dass unsere Truppen hier ganz nett reingehen, den setze ich mal jetzt richtig, richtig weit außen, den Kollegen hier, ich habe zwei Drachen in der Clan, komm, 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 mach da mal so ein bisschen was geworden, habe ich, glaube ich, äh, habe ich den gut gezündet, oh, ich weiß es gar nicht, ich glaube, hier ist mein Freeze ganz gut aufgehoben, das sieht aber noch ganz nett aus, ähm, da außen haben wir jetzt, haben wir noch so ein bisschen was zu schaffen, Also wir müssen hier in jedem Fall raus aus der Base hier, in die Ecke hier Richtung 6 Uhr, denn da ist noch heftig viel verteilt, ich kann meine beiden Clean-Up Minions noch gar nicht setzen, vielleicht hier den einen und da den anderen, ähm, meine Chortruppen leben da aber noch, aber die gehen jetzt auch alle im Single-Inferno da drauf, alter Scheiße, na komm, mach den, Ah, der macht den nicht, oh, 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 und meine Queen, aber der ist ganz, ganz leicht angeschossen, aber hier ist noch ein King, äh, das ist ja mein eigener, das ist mein eigener, boah, ja, der denn rum, alter, ja, sehr, sehr, sehr cool. Also ihr habt es gesehen, wenn ihr mich einladet, zu welchen Events auch immer, dann müsst ihr immer damit rechnen, äh, dass ihr den, den Casual Toto einladet hier, also den 2-Sterne- oder 1-Sterne-Papst, ich bin nicht so wirklich der 3-Sterne-Kämpfer, auch wenn ich hier mal einen 3-Sterne raushole, hier giften wir nochmal durch, da, das, das Geschenk, müssen wir nochmal giften hier, und, ähm, dann haben wir das hier auch gepackt, dann haben wir in jedem Fall eine Liga, in dem ich jetzt in den anderen Clan reinjoine, also nochmal, seht das hier mit einem weinenden und einem lachenden Auge, dass ich jetzt aus diesem Clan hier, äh, mehr oder weniger ausscheide, oder, äh, was heißt ausscheide, ich gehe erstmal für die nächsten 7 Tage aus dem Ding hier raus, vom Clan-Spitz-Mersos, gehe jetzt in, oder zu den GSI-Warriors, äh, Tamre, ja, die gehen jetzt alle rüber, ich gehe jetzt auch rüber, die Leute wissen ja auch Bescheid, das heißt also, ich nehme hier meinen Hut, Dankeschön, war schön bei euch, ähm, war lange bei euch, bis bald, und, ähm, dann gucke ich mal, ich habe den, glaube ich, hier in den Bookmarks, ich bin mal da, schreibe ich mal so rein, ich bin mal da, ob die mich jetzt einsetzen, oder nicht, weiß ich nur gar nicht, ähm, sehe ich dann, ihr werdet in jedem Fall in dieser Woche reichlich CWL sehen, denke ich mal, denn in allen, klar ist ja, ich bin ganz, ganz, ich bin ganz kurz untergekommen, ich hoffe ihr auch, ich hoffe ihr habt Spaß mit dem Skelett-King, ich sicherlich auch, also wenn ihr die Folge seht, habt den vielleicht schon, ich hole ihn mir abends, aber, kurze Info, nochmal ganz, ganz am Schluss, am Mittwoch machen wir die Auslosung des Gewinnspiels, der 10x10 Tickets a 49 Euro von Supercell, das mache ich auch relativ schnittig auf YouTube, ich weiß nur noch nicht, um welche Uhrzeit ich das machen kann, denn, ähm, ich weiß nie genau, wann ich, äh, so zu Hause bin, aber es wird sicherlich zu einer Uhrzeit sein, wo auch ein paar jüngere Zuschauer noch mit dabei sind, und abends gehen wir dann ja auf Twitch online, wir haben danach einen Feiertag, also es wird schon, es wird, denke ich mal, eine relativ längere Nacht werden, als es sonst ist, und, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute in der CWL, mit, äh, allen Accounts, die ihr so habt, ähm, ich mir auch, ähm, mal gucken, was so wird, ich lasse mich, ich lasse mich da mal überraschen, ob es doch anders wird, als es mir der, äh, im Moment so ein bisschen ausdenke, also ich denke, nach wie vor ganz, ganz casual hier, bis dahin, euer Toto. Fischt. Fischt.